Am Fenster kommt nix. Was ist das alles? Bier? Wie? Männerballett? Nee, die Nachricht haben wir nicht bekommen. Wann? Dieses Jahr. Pieper. Männerballett-Tonier. Wann? Ja. Zum Auto und los. Schaffte. 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 Schön, dass wir heute so zahlreich sind. Das ist ja immer besser mit uns. Ich glaube, wir sollten mal langsam ein paar Jungs organisieren, dass wir da wieder was auf die Bahnen bringen. Irgendwie ist das noch so. Alex. Servus. Ja. Männer. Männerballett-Turnier. Entschuldigung. Männerballett-Turnier in Aschbach. Was? Ja, alles klar. Danke. Ciao. Alter, wir müssen ein Männerballett in Aschbach. Was? Auf! Auf! Auf, Alex! Auf! Alter, die ist leer! Wir müssen noch nicht trainieren. Ja? Bei mir! Und noch Bier. Ich mach meinen Saft. Bist du ganz auf nächstes Mal los? So sollen wir, Jungs, jetzt mal im Ernst hier. Save the date. Vierter, Zweiter, Jungs. Jetzt wird's ernst. Jetzt müssen wir mal anfangen, richtig zu trainieren hier. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Komm, los! Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm, komm! Auf, geht's! Auf, geht's! Gib es mir! Das Bier! Das Bier! Gib es mir! Das Bier! Das Bier! Ein Bier! Noch ein Bier! Wir! Wir! Aschbach, genau! Wir! Ja!